Es gibt aber natürlich auch diese Rundtrommel, das ist die ganz alte traditionelle Trommel und auch dafür gibt es Tänze, zum Beispiel den Rundtanz. Das ist die Rundtanz. Das ist die Rundtanz. Das ist die Rundtanz. Die Trommel gilt als heilig. Hier haben wir jetzt den Bison, den Patranka, den Büffel. Am Rand sieht man auch Wolf und Bär und auch den Adler. Und um den Adler wird es jetzt auch in den Roman gehen.